Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Metze Power League und zwar in der ersten Liga zu Admira gegen die Austria mit Manager Fangamer und meiner Anwesenheit Grüezi Ich hab den scheiß Kommentator noch immer nicht rausgestellt Und ich weiß jetzt auch was ich vergessen hab, bei mir zahlen er grad Updates von Spielen runter Ähm? Lautstärke passt? Mane? Hä? Weil ich hab gemerkt, ich bin ein bisschen leise in die Videos, ich weiß nicht ob das nur bei meinen Videos ist oder? Danke, das hab ich dir schon öfter gesagt Ja, aber da fall's mir wirklich auf bei FIFA Das ist mir bei FIFA, bei F1, bei Hör mal rein in Division Aber irgendwo hast du gesagt, ich bin zu laut und übersteuert und weiß nicht, seitdem hab ich ein bisschen Angst immer, dass ich zu laut bin Ne, ich glaub zu lauter ist besser, weil man hört dich echt schmerzen Nein, so passt das Ich hab mich echt so heute eingestellt Wir müssen schauen, wie es dann klingt, wenn wir die Folge aufgenommen haben, aber Na gut, ja, kommen wir zur Liga Vorletzte Spiel in Runde 2 Beide Mannschaften haben schon ein Spiel hinter sich, die Austria setzte sich durch Ja, die Austria setzte sich nicht durch Na, zukommen Ne, ich check einfach nicht, wo da dribbeln geht Ja, mit dem rechten Stick Bestimmten Kombinationen, sag ich jetzt mal Achso, das ist nicht einfach nur draufdrücken und Na, na, du musst da, weiß nicht Ich kann zum Beispiel, glaub ich Kann ich den schon Ja, so den Übersteiger, das kann ich ja Okay Aber mehr So dribbeln ist, bis ist schwer Na gut, die Austria, gut Guter Trick Ja, hast du ja Eigentlich gut gestartet Das hab ich jetzt irgendwie entdeckt in der Arena So Zufall Was denn? Na, ich war ein bisschen Ich sag besser nichts, was ich mir jetzt gedacht hab Ja Ich hab gedacht, rechts ist mein Tor Und ich dachte, oh mein Gott, alles offen Okay Nur einer von mir da, was ist da los Und dann war ich ein bisschen die andere Seite Und ich so, hä, ah, okay, verstehe Na gut Aber du kannst ruhig Du erkennst ruhig in die andere Seite Na, weiß nicht, was das jetzt war Klar, das ist Fail Am Rande Das ist mit der Karriere aber auch mal passiert Ich bin ja froh, dass die Schusstaste Dann in die andere Richtung geht Immer weg geht, ja Ja Ja, also Austria ist sehr gut gestartet Die hat Mira eigentlich nicht gut gestartet Das war ein sehr schöner Pass Das war knapp, dass du jetzt da reinkommen bist Oh, das war ein echt Spaß Oh, das war auch Gut, der Pass Ja, die hat Mira noch ohne Treffer Das traue ich ja auch mit Testspiel gerechnet Wir wissen warum Da holt mich Oh mein Gott Ja Heißbegehrt Ja Bin gespannt, wie lange er sich haltet Als quasi teuerster Transfer der Liga Gut, Gelb ist einmal sicher Nein, 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 nein Nein Ich habe jetzt echt Ich wollte schon sagen Erster Treffer Jetzt wissen wir, warum sie bis jetzt nichts getroffen haben Alter Und weißt du, was noch gut ist? Na? Heute kann ich Emotionen im freien Lauf lassen Wir haben keine Kinder, die schlafen Ach, da habe ich nur verständnislose Blicke Und? Und Eiche ist Wurst? Na, Austria Gut, Austria gut Uh, gelbe Karte Haben wir gewusst Ja, die Ausdruck könnte sich eben dann Derweil als Tabellenführer Voransetzen mit zwei Siegen Oh, passt Beide Neuzugänge Mit Gelb Ja, ich glaube Ich habe die Position für Kruse gefunden Obwohl ich ihn dort nicht brauche Was ist Ist er nicht immer Stürmer gewesen? Er kann aber auch links Äh, rechts Also Äh Nein Also Er kann auch Ähm Außen 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 Spielen Also LVR Okay LMR RM Und so Aber ich glaube Stärke ist der Stimme Na gut Die Austria Matic Hat sich ausgezahlt Training in die Arena Elfer Werde ich Chancenauswertung war erbärmlich Na der war sehr schön geschossen Muss man sagen Sehr schön geschossen Die Austria setzt sich also Ja der wäre da glaube ich auch nicht hingewechselt hätte er das gewusst Aber Gleich viele Schüsse Offensiv war gut eigentlich Also besser als in den letzten Spielen Nicht gut 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 Was ist so gut Gut Mann Na gut Schmidi Zurückst noch hin Gut Das ist ja Solospitze Jetzt Ja Hat das Hat das Zweiersturm gehabt Ja Ich habe Ich spiele mit einer Dreierkette Normal An einem Fünfer Mittelfeld Und dann Zweiersturm Gut Jetzt weißt du warum Immer mittelfäcker Blankle ist Meistens bei Ihnen Bei Fünfer Ja eben Es sollte mehr sicher Aber das ist ja das Problem Es ist Es fehlt die Sicherheit Siehst du Über das ganze Mittelfeld Kein Mann dazwischen Das verstehe ich Jetzt hast du es ja nicht mehr Oder Oh ja Oh Nein Jetzt stelle ich das nicht um Zu umständlich Mit den Positionen Jetzt habe ich die Verteidiger nicht dabei Und Ich habe eben so wenig Verteidiger Richtig gute Verteidiger Oh Absatz geschossen Wenn er ist Wenn Gruß zählt Dann hätte er da auch nicht Wiegewechselt Und habe dafür eben Gute Viele Mittelfeldspieler Und Stürmer Darum habe ich das da ein bisschen Was ist die Wenn man in die Defensive geht Wird das eh 205er Kette quasi Ja Aber Ich habe diese Stabilität Im Mittelfeld einfach nicht Die fehlt mir Die Bässe kommen da durch Wie Sie fehlt ein richtig guter Mittelfeldresercheur Ja Geht da alle durch Der Tote habe ich gedacht Er kann das Aber er kann das nicht Da ist er Naja ein bisschen kann das Na gut Aber die Austria würde sich An die Tabellenspitze Schmeißen Ich meine jetzt Im Gegensatz zur Probeliga Natürlich ein riesen Erfolg Muss man sagen Das stimmt Aber dort gehören sie auch hin Muss man auch Ehrlich sagen Ich glaube die Erwartungen Sind auch War es jetzt Probeliga oder Hinterseher Ja die hat mir ihre Erwartungen Die waren ja weit vorne auch Ziemlich dabei Fünfte oder so Die müssen jetzt eher die Erwartungen Runterschrauben der Zeit Oh was war das bitte Wie soll er den da laufen Ich bin Spandor Bolt Den gibt es Das ist noch fast Talentschaft Ist er noch nichts In der Mannschaft Na oh ja eigentlich ist er schon In der Mannschaft Aber ich glaube Warum nimmst du den nicht In die Hand In die zweite Ja weil er das Einwurf war Den kann er ja nicht In die Hand nehmen Ah ja genau Blödsinn Aber das war schon zum Beispiel Siehst du und der Ball kommt durch Zum Beispiel Das darf nun mal nicht sein Da stehen Sechs Leute von mir Und zwar Australiener Echtball oder nicht Echtball Ja Das ist die Frage Das ist die Frage Warum kann eigentlich nur einer Wirklich nur links spielen Ja Austria ist aber minimalistisch Bis jetzt Nur ein Tor gelungen Das war jetzt was So iri Bringt den nicht unter Freude Okay Auf Eswein Eswein Ja Den habe ich Schön gedreht Angesehen Erster Saison Treffer Beziehungsweise Erstes Tor Der Admirer In dieser Liga Sehr wichtig Sehr wichtig Wäre dieser Punkt schon Für die Admirer Um sich da ein bisschen Aus dem Keller raus Zu schlagen Oh Schade Wow, hat das Ding gut geloßen? Ja. Ich dachte, der kommt gut, weißt du, wenn er den Volet nimmt? Ja. Schaut was dabei raus. Ja, jetzt hat er sein Tor. Da waren wir jetzt die Klassikchen von dem Spieler. Schön ruhig bleiben, trotzdem flach und nicht hoch, über den Torwart drüber. Ist halt interessant, jedes Mal wenn ich ein Tor schießt, seien sie nicht an mir oder Sektor. Zweitens Führung. Genau, so schlecht, dass wir gleich wegblucken. Entschuldigung. Nein, macht nichts. Aber musst du dann beide drücken oder muss dann nur einer drücken beim Tor immer? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, derjenige, der es gekriegt hat. War das einfach? War das drinnen? War das drinnen? War das drinnen? War das drinnen? Rot war es. Ich glaube, ich bin immer unsicher. Das ist nur die Frage. Ja, aber... Was? Hast du Hinterseer in seiner Geste gesehen? Nein. Der hat den Kopf geschüttelt und so die Hände. Was? Bin mir sicher, war das Rot Hinterseer. Bist du jetzt bei dir auch dran oder was ist los mit dir? Du ne... Was? No, Rot? Oh, aus! Aus! Nein! Scheiße, die Wandern! Das ist jetzt Überlegung. Hinterseer. Hinterseer. Oh. Oh mein Gott. Und jetzt scheife ab, Alter. oder drei minuten drei minuten reingang die rakete oder weil ich jetzt gescheit bis der hat mich gefeiert traumtour zum ausgleich leider verloren färger sportsmann so und da darf man jetzt nicht weiter drücken für die genau das drücken bin ich dafür na gut leute da sind wir keine highlights wir sehen uns beim nächsten mal bis dann noch rein doch wir werden doch highlight 10 bei der zusammenfassung macht das gut bis dann